Oh, ich kann nicht rauszwitschen. Oh, ich kann nicht rauszwitzen. da ist jetzt mal eben 20er ausgehauen oder was 25 wow ich danke dir für die 25 absmann er ist ja ein vermögen also das heißt die azur sondern als wald kurser habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen übrigens auch ein handgemaltes game metroidvania bin sehr gespannt drauf ok wir dürfen anfangen aber wir müssen kurz die alerts hauen ja sowieso jetzt noch ein bisschen rein noch mal kurz die info mann 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 der hält super nett von dir vielen lieben dank obwohl so neu ist das gar nicht das ist auch schon ein paar tage alt egal manchmal eine scam titel was schon das kann man das so lassen dann sind wir auch durch Alter, ihr habt mich diesen Monat zum ersten Mal auf 100 Subs geboostet, Mann. Eh, lieben Dank dafür, ey. Checkt halt immer bei mich, ne? Wie gesagt, über 100. Nicht zu laut, ne? Boah, ist aber geil, die Musik. Kann ich runterfallen? Boah, das sagt er. Sehr gut. Habe keine Angst, ich doch nicht. Alter. Ich mach mal so lange weiter, ja? Das ist die schöne Musik vorbei. Guck mal. So, lass es. Ein Siegel. Das ist B, okay. Jetzt weiß ich, was die B-Taste ist. Dara, ich werde dich... Oh, Mann, ey. Das war auch so eine Schnapszahl, ne? 111. Boah, was habt ihr denn? Hey, du willst sie immer noch. Okay. Okay. Ich glaube, das GameCup wird mir gefallen. Au. Oh, okay. 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 Ich muss gerade mal gucken. Also ich glaube, die vier... Also die drei gelben Kügelchen oben. Die vierte ist ja schon raus. Ich glaube, das ist meine Lebensanzeige. Nein, Hülle. Ja, komm! Ja, das ist meine Lebensanzeige. Nein, nein, nein. Also nochmal vielen Dank, Hell. Für deinen... Für deine verschenkten Subs. Die eigentlich für EFT gedacht waren. Au! Ja, klar! Ja, klar! Alter. Okay, ich glaube, es war beabsichtigt, dass ich runterfalle. Übrigens, wer Interesse hat, das Game habe ich noch mal als Key verfügbar. Worauf kann ich das gleich raushauen. Krieg, das sind übrigens wir. Geh auf. Okay, kann ich springen? Wo bin ich hier? Kann ich auch wissen. Ja, mal eine coole Wasseranimation. Ach, wie? Okay. 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 Vielen lieben Dank dir, ey. Endlich hast du hergefunden. Zeig dir, wie wir hier rauskommen. Dann? Ach, ich kann jetzt... Okay. Okay. ...muss ich jetzt mit dem simultanen... Ach, er kann gar nicht rein. Okay. Dann mache ich mal eben hier. Okay, jetzt hat es nicht so funktioniert, wie ich das davor hatte. Was ist das? Was ist das? Was ist das? dass man kommen kann hier so weiter ok ok immer schweres finden ja gut lüttle die so jetzt habe ich ein problem das ist nämlich die toste die nicht funktioniert bei mir ja hallo ja plus was dann bin ich wieder raus euch das neue pad neu gruppieren aber wir brauchen die fronttasten ja gar nicht sehe ich gerade auch fürs menü brauchen wir die scheiße jetzt haben wir kein neu gruppieren drin aber wir gucken ob das so funktioniert das ist ja jetzt hier maus oh nein jetzt hat die grafik auch übernommen sorry das zählt nur für steuerung hier so jetzt haben wir auch wieder normales bild ja also egal müssen wir halt ein shift machen shift und e somit kann ich mir die gleichzeitig nutzen ok ach ok ok ja ja Das war's für heute. So, Inventar haben wir auch noch. Vegobrot. Machen wir jetzt noch nicht. So, ja ruhig erstmal hierbleiben. Ja. Juhu. Juhu. Untertitelung des ZDF, 2020